Wir wollen uns einmal die Nullstellen einer Polynomfunktion anschauen. Die Bedingung ist ja, dass unser Funktionswert an der Stelle x0 0 sein soll. Das heißt, wir könnten hier erstmal ganz allgemein die Summe von i gleich 0 bis n des Monoms ai mal x0 hoch i notieren und das 0 setzen. Wir haben also im Prinzip unser ganz normales Polynom in Summendarstellung hier als Monomkette und haben die Stelle x0 eingesetzt und da soll dann immer genau 0 rauskommen. Und wir wollen jetzt einmal für alle Polynome vom 1. bis 4. Grades die Möglichkeiten durchgehen, die auf uns zukommen können. Ab 5. Grad hat Abel nachgewiesen, dass es keine Lösungsformel gibt. Deshalb brauchen wir uns die gar nicht anzusehen. Die werden auch im Schulstoff fast nie vorkommen oder immer in einer Form, die wir dann auch handeln können. Gut, dann starten wir einmal mit dem Polynom 1. Grades. Hier einfach mal a1 mal x plus a0 ist gleich 0. Das wäre also die Nullstellenbedingungen. Und wir wollen jetzt rausfinden, was die Lösung von dem x ist. Das ist relativ einfach. Das ist ja hier eine lineare Funktion. Das heißt, wir können das easy nur mit Umstellen lösen, indem wir hier das Absolutglied auf die andere Seite packen und anschließend durch den Leitkoeffizienten teilen. Dann hätten wir x0 ist gleich minus a0 geteilt durch a1. Das wäre hier die Lösung für unsere Nullsteller. Das wäre wirklich eine der Sachen, die man beherrschen muss. Und jetzt kommt schon ein Polynom 2. Grades. Dann nehmen wir einfach mal ein ganz allgemeines. Das heißt, nicht normiert. Das heißt, wir haben hier alle Koeffizienten vorhanden. Und da wissen wir schon, dass es dort, wenn das so aussieht, nur lösbar ist, über die quadratische Lösungsformel. Und da können wir uns eine von beiden rausnehmen. Und wir entscheiden uns hier, weil unser Leitkoeffizient ja nicht normiert ist. Wenn das so wäre, dann nehmen wir natürlich die pq-Formel. Aber in diesem Fall nehmen wir einfach mal die abc-Formel. Und da erhalten wir für die beiden möglichen Lösungen, wir erinnern uns, nach dem Fundamentalsatz der Algebra, gibt der Grad des Polynoms die maximale Anzahl der Lösungen vor für die Nullstellen. Deshalb können wir hier 2 erhalten. Und wir notieren x0102 ist gleich der Quotient aus minus a1 plus minus Wurzel aus a1² minus 4a2 mal a0 geteilt durch 2a2. Das ist also die abc-Formel. Wir haben hier nur mal unsere Koeffizienten eingesetzt. Und das ist schon alles, was man an Werkzeug für die Nullstellenberechnung einer jeden Funktion, die einem in der Schule begegnen wird, braucht. Das ist wirklich das ganz normale stumpfe Umstellen. Das heißt, so eine lineare Funktion, das machen wir von Hand. Und wenn wir, sobald es in die quadratische geht, können wir immer auf die Lösungsformel zurückgreifen. Das sind die beiden Werkzeuge. Und mehr werden wir auch nie benutzen müssen. Das sollte man sich unbedingt klar machen. Wir könnten also jetzt hier schon stoppen und sagen, das war's. Ende aus. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem mal alle weiteren Möglichkeiten anschauen. Also ein Polynom zweiten Grad, das könnte auch so aussehen. Also ohne das Absolutglied. Am Ende hätten wir A2x² plus A1 mal x ist gleich 0. Und hier eine Lösung zu finden, geht natürlich mit der quadratischen Lösungsformel. Man könnte aber auch sagen, wir klammern unser x einfach mal aus. Dann würde es so aussehen. Und jetzt ist sozusagen ein Produkt, wir meinen hier damit dieses Produkt, 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das ist der Satz vom 0-Produkt. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, dass unsere erste Nullstelle 0 ist. Das kommt aus diesem Faktor raus. Ja, und dann haben wir hier im zweiten Faktor ja wieder eine lineare Funktion. Und da wissen wir schon, wie wir das machen. Das stellen wir einfach um. Und dementsprechend wäre hier die zweite Nullstelle minus A1 durch A2. Das ist so ein bisschen Baukastenprinzip. Wir sehen also, wir greifen wieder auf unser erstes Tool zurück und lösen hier so eine Gleichung. Was auch mal vorkommen kann, ist sowas. Das ist ein Leitkoeffizient und Absolutglied für eine quadratische Funktion. Da würden wir jetzt folgendes machen. Wir ziehen jetzt unser Absolutglied wieder hier rüber, also minus A0 und teilen dann durch A2 und ziehen am Ende einfach nur die Wurzel. Und da wir aber eine gerade Wurzel ziehen, denn hier steht ja hoch 2, also müssen wir die zweite Wurzel nehmen. Und gerades Wurzelziehen, richtiges Wurzelziehen wäre dann immer mit plus minus versehen. Das heißt, unsere Nullstellen sind x0, a1, 0, 2 plus minus die Wurzel aus minus A0 geteilt durch A2. Eine weitere Geschichte wäre dann das hier. Also es wird auch immer einfacher. Da wäre ja nur noch ein Leitkoeffizient vorhanden. Und auch hier sehen wir sofort, hier ist ja eigentlich ein Produkt. Also wenn das jetzt 0 sein soll, dann müsste der Leitkoeffizient 0 sein. Oder eben, das wird er nicht sein, oder eben das x² und x² ist also dann 0, wenn x0 ist. Das heißt, hier ist ganz klar, unsere Nullstelle x0 ist 0. Ja. Und damit gehen wir schon mal in ein ganz allgemeines Polynom dritten Grades. Und wenn wir sowas sehen, da sieht das, es riecht schwer nach Lösungsformel. Das gibt auch eine Lösungsformel, das ist die kubische Lösungsformel von Cardano. Aber die ist kein Schulstoff. Ist zu kompliziert, wird nicht angewandt. Das heißt, solche Funktionen, wenn wir sowas sehen und eine Nullstelle berechnen sollen, das wird gar nicht vorkommen. Also solche Funktionen wird es einfach nicht geben, zumindest nicht mit der Aufgabe, hier die Nullstellen per Hand zu berechnen. Also vielleicht soll man die grafisch ermitteln oder ähnliches, aber niemals wird jemand verlangen, so ein Ding wirklich auszurechnen. Dann schauen wir mal, was noch gehen würde bei einem Polynom dritten Grades. Es könnte auch so aussehen. Das heißt, wir hätten hier wieder kein Absolutglied. Und da ist immer das Coole, dass wir hier wieder x ausklammern können. Dann würden wir sowas erhalten. Und jetzt geht das wieder so munter, die Tippel-Tappel-Tor. Also Satz vom Nullprodukt. Das heißt, ein Produkt ist dann Null, wenn einer der Faktoren Null ist. Entweder ist hier x Null. Dann ist es egal, was hier steht. Da würde das gesamte Ding Null werden. Also ist die erste Nullstelle bei x Null 1 gleich Null. Oder unser Klammerausdruck würde Null werden. Und dieser Klammerausdruck wiederum sieht aus wie eine quadratische Funktion. Und zwar eine ganz allgemeine. Das heißt, wir nehmen dort einfach wieder unser zweites Tool, nämlich unsere quadratische Lösungsformel. Hier in der ABC-Formel, also die allgemeine Form. Und dann, wenn wir das anwenden, wären die beiden anderen Nullstellen x Null 2 und 3 minus a2 plus minus Wurzel aus a2 Quadrat minus 4 a3 mal a1 geteilt durch 2 a3. Und dann hätten wir hier unsere drei möglichen Nullstellen. Denn wir haben ja hier ein Polynom dritten Grades. So ein Polynom dritten Grades kann aber auch mal so aussehen. Und da sehen wir wieder, hier kommt ja sozusagen a1 nicht mehr vor. Oder das ist im Prinzip Null. Aber unser Absolutglied ist noch da. Und da kommen wir hier wieder schnell in die Bredouille. Also mit Umstellen wird das alles nichts. Das heißt, sowas können wir auch nicht lösen. Also sowas wird für uns als Aufgabe nicht gestellt werden. Weil da weiß man, dass wir hier die entsprechende Lösungsformel nicht anwenden sollen. Und deshalb wird uns das hier gar nicht begegnen. Eine weitere Geschichte, die uns aber begegnen wird, ist a mal x hoch 3 plus a2 mal x Quadrat gleich Null. Und hier können wir wieder ausklammern. Und zwar nicht nur das x, sondern sogar das x Quadrat. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal die Sache, dass x Quadrat Null werden könnte. Das wird es, wenn x Null wird. Also ist unsere erste Nullstelle Null. Und jetzt schauen wir wieder in unsere Klammer. Und da ist wieder nur eine lineare Funktion. Ja, da wissen wir ja schon. Das wäre wieder das erste Tool, was wir hier verwenden. Das heißt, unsere zweite Nullstelle, die wäre dann minus a2 geteilt durch a3. Okay, also das kann auch mal sein. Da sehen wir schon, die insgesamt drei möglichen Stellen werden hier trotzdem belegt, weil x01 wäre eine mehrfache Nullstelle. Das wäre eine doppelte Nullstelle. Als nächstes, a mal x hoch 3 plus a0 ist 0. Da gehen wir auch wieder ganz simpel vor. Also wir bringen unseren Absolutglied auf die rechte Seite und dann teilen wir durch den Leitkoeffizienten. Und dann hätten wir nur noch, um auf x zu kommen, müssten wir dann nur noch die dritte Wurzel ziehen. Das heißt, unsere Nullstelle ist die dritte Wurzel aus minus a0 geteilt durch a3. Und hier müssen wir auch nicht plus minus Wurzel davor schreiben, weil wir ja eine ungerade Wurzel ziehen. Und eine ungerade Wurzel ist natürlich auch super erlaubt aus negativen Zahlen. Weiter geht's. Das letzte Polynom dritten Grades, was uns erwarten könnte, wäre dieses. Und auch hier ist es relativ simpel. Also der Leitkoeffizient wird wieder nicht 0 sein. Also kann nur dieser Faktor insgesamt 0 sein und x hoch 3, wenn das 0 ist, dann müsste x dementsprechend 0 sein. Deshalb haben wir hier als dreifache Nullstelle x0 gleich 0. Wir kommen jetzt zu dem Polynom vierten Grades. Das ist jetzt wieder ein ganz allgemeines. Und auch da, good news everyone, es gibt eine Lösungsformel, die biquadratische Lösungsformel oder quartische Lösungsformel, wie man sie jetzt auch nennen will, von Ferrari. Aber auch die ist kein Schulstoff. Das heißt, so ein Ding wird einem niemals mit der Aufforderung begegnen, hier per Hand Nullstellen ausrechnen zu müssen. Es kann aber sein, dass andere Polynome vierten Grades vorkommen, wo wir unsere beiden Tools plus noch ein drittes, was wir gleich kennenlernen werden, anwenden. Wollen wir mal schauen, wenn es zum Beispiel so aussieht, dass wir kein Absolutli mehr haben, da könnten wir schon mal sagen, hm, kann man vielleicht irgendwie ausklammern. Dann schaut man, okay, das würde ja dann so aussehen. Naja, aber, also da wüsste man schon mal, eine Nullstelle ist 0. Aber was ist denn jetzt hier in der Klammer? Also hier wieder Satz vom Nullprodukt. Die Klammer müsste ja dann auch einmal 0 werden. Und da haben wir wieder das Problem, hier ist ein ganz allgemeines Polynom dritten Grades drin. Die Formel von Cardano sollen wir nicht anwenden. Also lassen wir die auch in der Ecke stehen und sagen, wir können das hier nicht manuell ausrechnen. Ein weiteres Polynom vierten Grades könnte aber so aussehen. Also das wäre auch ein Beispiel, was wir nicht berechnen können. Das sieht man eigentlich immer recht schön. Wer jetzt aufgepasst hat, wenn hier hinten ein Absolutglied auftaucht, dann kommen wir erstmal immer in die Bredouille. Also da müssen wir immer genau schauen, dass wir das lösen können. Und eigentlich 99% der Fälle können wir es nicht. Also auch das hier können wir nicht berechnen. Aber jetzt endlich mal eins, was wir vielleicht doch berechnen können. Also a4 mal x hoch 4 plus a3 mal x hoch 3 plus a2 mal x hoch 2 ist 0. Dann könnte man ja sagen, okay, wir wollen einfach mal x² ausklammern. Dadurch entsteht hier wieder, also x² und als Faktor. Und der andere Faktor wäre dann eine quadratische Funktion. Und wenn jetzt einer der Faktoren 0 werden soll, dann ist klar, die erste Nullstelle ist 0, weil x² ergibt ja dann 0. Und unsere quadratische Funktion in der Klammer, wenn die 0 sein soll, dann nehmen wir dort wieder unser zweites Tool, die quadratische Lösungsformel, und wenden die einfach nur knallhart an. Und dann haben wir noch zwei Lösungen mehr mit minus a3 plus minus Wurzel aus a3 zum Quadrat, minus 4a4 mal a2 geteilt durch 2a4. Jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte, die bei Polynom 4. Grades lustigerweise sehr häufig abgefragt wird. Und zwar stimmt das Ganze von der Anzahl der Koeffizienten und stimmt das Ganze nämlich mit der Anzahl der Koeffizienten einer quadratischen Funktion überein. Wir haben hier drei Stück. Und hier haben wir tatsächlich mal einen Fall, wo wir hier hinten ein Absolutglied haben, aber das über einen Trick, das ganze Ding trotzdem lösen können. Was ist die Idee? Die Idee heißt substituieren. Und substituieren ist ja ein Fremdwort, das heißt so viel wie ersetzen etwas. Und wir wollen hier x Quadrat mit einem z ersetzen. Und dann sähe unsere Gleichung so aus, das wäre dann a4 mal z Quadrat plus a2 mal z plus a0 ist 0. Und wenn wir das lösen nach z, dann lösen wir einfach nur noch eine ganz normale quadratische Funktion. Und das machen wir selbstverständlich mit einer unserer Lösungsformeln und würden dann sozusagen zwei Nullstellen für z rausbekommen. Oder bis zu zwei. Und im Anschluss, wenn wir das haben, dann, wir haben hier substituiert, und dann bauen wir es wieder rückwärts zusammen. Wir restituieren wäre da das richtige Fremdwort. Und wir restituieren, indem wir sagen, wenn wir vorher x Quadrat mit z ersetzt haben, dann müsste ja das x plus minus die Wurzel aus z sein. Und genauso kommen wir jetzt auf unsere vier Lösungen. Also die ersten beiden Lösungen sind plus minus Wurzel aus z01. Und die zweiten beiden Lösungen sind plus minus Wurzel aus z02. Und z01 und z02 sind unsere Nullstellen, die wir hier aus diesem quadratischen Polynom gewonnen haben. Also das ist so eine Geschichte, die gern mal bei Polynom vierten Grades mit vorkommt. Das wäre sozusagen das dritte Tool an der Stelle. Okay, jetzt haben wir noch so einen Fall. Da sieht man vielleicht auch, also a4 mal x hoch 4 plus a2, x Quadrat ist 0, dass wir hier x Quadrat ausklammern können. Dann bleibt wieder so eine einfache quadratische Funktion in der Klammer hängen. Und wir wissen wieder, okay, Satz vom Nullprodukt, eine Faktor ist 0. Und dadurch wird das ganze Produkt 0. Das heißt, wir haben hier als erste Nullstelle ein x, wo x Quadrat 0 wird. Demzufolge müsste x010 sein. Und jetzt schauen wir uns wieder das Ding hier in der Klammer an. Und auch das kennen wir schon. Das hatten wir schon mal umgestellt. Also wir wüssten jetzt minus a2 durch a4. Und dann ziehen wir da noch die plus minus Wurzel draus. Also das wäre x0203 wäre plus minus Wurzel aus minus a2 durch a4. Nicht erschrecken, wir ziehen hier die Wurzel aus etwas Negativen. Aber das würde meistens durch dieses, also einer der beiden, entweder wäre dann, wenn wir jetzt mal hier nur in der Klammer sind, also wäre das absolut negativ vielleicht sogar. Oder eben, was auch häufig wäre, dass der Leitkoeffizient a4 an der Stelle negativ wird. Und dann wird das Ganze hier natürlich positiv. Und dann dürfen wir die Wurzel ziehen und kommen auch auf entsprechende Lösungen. Also das wäre jetzt hier mal wieder so ein schöner Fall, wo wir hier eine doppelte Nullstelle hätten. Und das wären dann die zwei anderen beiden Möglichkeiten. Okay, dann hätten wir noch so ein Ding. Das können wir wieder nicht lösen, weil hier hinten ein Absolutglied auftaucht. Wir können ja auch nicht mit Substitution arbeiten. Bringt alles keine Punkte. Wird uns also nicht begegnen. Das aber sehr wohl, und das ist auch lösbar, indem wir sagen, klammern wir wieder x3 aus, erhalten wir sowas. Demzufolge hätten wir hier aufgrund des ersten Faktors eine dreifache Nullstelle bei x01 gleich 0. Und jetzt schauen wir uns wieder hier in die Klammer die Sachen an. Und das ist eine ganz einfache lineare Funktion. Das heißt, wir rechnen einfach minus a3 durch a4 an der Stelle. Also wäre x02 minus a3 durch a4. Also das wäre mal eine Lösung, wo man auch die ganz entspannt wäre, ja, für ein Polynom für ein Grades. Eine weitere Konstellation wäre diese hier, a4 mal x auf 4 plus a0 gleich 0. Wir finden also ein Leitkoeffizienten und ein Absolutglied vor. Und das können wir tatsächlich lösen, indem wir das Absolutglied auf die rechte Seite packen und anschließend durch den Leitkoeffizienten teilen. Da hätten wir also unser x04 erstmal isoliert, und dann müssten wir nur noch die vierte Wurzel ziehen, und zwar richtig mit plus minus. Und würden die beiden Lösungen x01, x02 ist gleich plus minus vierte Wurzel aus minus a0 geteilt durch a4 erhalten. Und wer sich jetzt hier Sorgen macht, dass wir ja beim geraden Wurzelziehen aufpassen müssen, wenn wir Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen, das ist ja nicht definiert, das stimmt, aber bei den Aufgaben, die uns hier erwarten, wird es häufig dann so sein, dass entweder unser a0 negativ sein wird oder eben unser a4 negativ sein wird. Also entweder der Leitkoeffizient oder das Absolutglied wird negativ und in Verbindung mit diesem Minus hier würde dann hier in Radikanten immer ein positiver Wert vorliegen. Und zum Schluss schauen wir uns noch das ganz einfache Beispiel a4 mal x hoch 4 an ist gleich 0. Da wissen wir schon, wieder Satz vom Nullprodukt, das Ding wird wahrscheinlich nicht 0 werden, also der Leitkoeffizient wird irgendeine Zahl sein, die ungleich 0 ist. Dann bleibt uns nur noch hier bei x4 zu überlegen, und das ist auch eine klare Sache, das geht ja dann nur, wenn x 0 ist, sodass wir also bei 0 an der Stelle 0 eine vierfache Nullstelle vorfinden würden. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Wichtig ist zu wissen, dass wir eigentlich nur wenige Tools benötigen, um sowas auszurechnen. Ich würde sogar sagen, man muss nur umstellen können und eine quadratische Lösungsformel seiner Wahl beherrschen. Die können wir ja sogar nachschlagen, steht in jedem Tafelwerk. Und hinzu kommt dann immer noch die Idee des Ausklammerns oder eben die Idee des Substituierens. Also das sind so die Sachen, die man bei der Nullstellenberechnung beherrschen sollte. Und es wird auch wirklich nie, 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 nie komplizierter. Also das sind schon mal gute Nachrichten. Auch für die weiteren Funktionsarten kommt da nichts hinzu. Am Ende wird es immer darum gehen, die Nullstellen von dem Polynom zu berechnen. Und das haben wir uns jetzt wirklich allumfassend mal angeschaut. Und insofern dürfte es jetzt keine weiteren Überraschungen geben. Wenn es die doch gibt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich erst mal viel Spaß mit dem nächsten Video, wo wir uns der Nullstellenberechnung einer Bruchfunktion widmen wollen.